... поступают многочисленные поздравления и приветствия от всех Консольцов. ... ... ... Teure Genossen, verehrte Damen und Herren, vom 14. bis 17. Januar bin ich froh Ihnen mitteilen zu können die Medaillen von Kosmonauten Shatalov, nun den übrigen Besatzungsmitgliedern der Raumschiffe Sojus 4 und Sojus 5. Auf der Medaille befindet sich die Inschrift für hervorragende Verdienste bei der Forschung des Weltraums. Montage und Demontagearbeiten während des Umstiegs. Die Erplanung von automatischer Ernährungsanlage zur Ernährungskorrekturanlage geschaltet. Dabei erfolgte eine schrittweise Ernährung.